Willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Cloukem Forever Also muss ich einfach einen One-Liner ablassen. Naja gut, das kriegen wir hin, denke ich. I'm gonna rip your eye out and piss on your brain, you alien piece of shit! Check. Proceed. Voice Module Verification. Speak. I've got balls of steel. Negative. Repeat. I've got balls of steel. Negative. Repeat after me. I've got balls, 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 balls of steel. I've got balls, äh, balls, balls, balls of steel. Check. Proceed. Okay. Die ist wohl nicht ganz durchgegangen, die, äh, Nachricht. Well, I guess I'm in disguise now. You are not the greatest hero in the world. You are only the greatest parts of the greatest hero in the world. Soon you will have the chance to prove it. Okay. Move along. Cool. Cool. Find ich aber ne schöne, äh... Äh... We will be transported to the stars and defeat the alien menace. Training area. Find ich ne ganz schöne Abwechslung jetzt mal hier. Ach cool. Guck mal. Good thing I like to be around myself. Hm. Darf ich dir den Ball klauen? Hihi. Das war nix. Knapp. Knapp. So are Sie die Thanhwels, duke, duke... Oische essen und duke. You are... Mustafa aus! You are... the future! Iyi. 곳en ist ein guter Tag an Gobierno. Duke und ich das w produce. Hier auch alles. Und antidem sacrific. Ja, dann. Jetzt. naja guck mal wenn wir den ganzen spaß noch mal machen auch cool so wir können da keine neuen dinge dran machen doch der schmeißt alles klar ist schon voll aufgeladen hier noch ein bisschen ich glaube die können wir hier ja anbringen ist ja gut zu wissen doktor so jetzt aber sehr schön nichts drin schade so da waren wir schon im skills training wo sind wir da main hall da kommen wir dann wohl wieder zurück was haben wir hier da dürfen wir nicht rein testing oder gut german french schön so haben wir denn hier noch irgendwas was wir machen könnten ich hab eier aus stahl ich hab eier aus stahl ich bin der duke und nach mir kommt lange nichts ich bin der duke und nach mir kommt lange nichts ich bin der duke und bin der duke und doch nicht ich bin der duke und doch nicht duke ist schon mal zuerst duke ist schön duke ist sicher So, also wie ihr jetzt schon hört, ihr habt jetzt mal die Synchronstimme gehört vom deutschen Duke. Also Manfred Lehmann hat das gemacht, der auch den unter anderem Bruce Willis synchronisiert. Also die ist schon, wie gesagt, die ist halt sehr gut geworden, aber da wir die anderen Teile auch an auf Englisch gespielt haben, dachte ich mir, bleiben wir dann hier dabei. Boah, schön, kann man mal machen. Mh, können wir das irgendwo reinpacken? Ah. Hm, hm, hm. Dann schauen wir uns das mal an. Ah, okay. Ich will mir den Film jetzt erstmal angucken, ich werde wahrscheinlich danach nochmal starten müssen, aber jetzt haben wir sie, glaube ich, abgelenkt. Oh, sieht aber schön aus. Kann man mal machen. Okay. Okay. Okay, das ist sehr hilfreich. Dankeschön. Und das gleiche nochmal. Ja. Okay, gut, dann seid ihr abgelenkt, dann verziehe ich mich nämlich mal gerade wieder. Jupp, machen wir. Dann sind sie alle weg. Ah, okay, das waren hier die, äh, die da drin standen. Ah, das klar. Dann gehen wir mal. Okay, portal. Okay, portal. Okay, wir sollen kämpfen. Dann kämpfen wir gegen uns. Um 1. Don't fuck with the real Duke. Please return your weapons to the central console before advancing. Mhm. Und nun? I would like to encourage you to die. And you will tell your right from it. Sorry Dad. When the doctor says die, you die. Like an underage girl. Es gibt keinen Fight Club. Okay. Gut, das lief ja schon mal ganz gut, freut mich. Welcome. Please proceed to the combat area. Destroying the alien menace is an important part of being in Dr. Proton's robot army. Be prepared to defend yourself. Failure to do so may result in loss of limbs, eyesight, and dignity. So please, do your best. Please take the assigned weapon. You make it hit when ready. Alles klar. Danke. Meine Dank. So, wie gesagt, bin da jetzt kein so großer Freund von den Alien-Weapons, äh, Alien-Waffen, aber passt schon. Weg. Und du auch noch, ne? Es hört einfach nicht auf. Quid bleeding, pussy. So, auf Wiedersehen. Please return your weapon to the central console, before advancing. Please proceed to the next area. Alles klar. So. Bisher läuft's ja ganz gut. Freut mich. Wir sind, glaube ich, ein guter Schüler. Please proceed to the combat area. Congratulations. This is the final test. It is important that the final test is the most difficult. Hm? So this test will be performed against the Alien-Lenners. Please take the assigned weapon. You may begin when ready. Was ist das denn? Ein Impregnation. Ach du Kacke. Nice. Schön. Oh yeah. If it bleeds, I can kill it. Cool. Mir fällt die Waffe. Also haben sie noch ein paar neue Waffen hier reingepackt. Finde ich ja ganz schön. Duke, ist das du? Fuck this. It's time to end this charade. You're spent. So, dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Da können wir durch. Okay. Gut, da kommen wir jetzt hier aber auch nicht mehr raus. Okay. Na, dann gehen wir mal da hin. Da scheint, na, da geht es nicht so großartig weiter. Da geht es weiter. Sehr schön. Die Sache mit den Lüftungsschächten. Die sind dann noch im Fernsehen gucken oder Film gucken halt. Wahrscheinlich müssen wir da runter, oder? Ja. Na gut, dann gucken wir, dass wir vielleicht schon mal hier oben ein bisschen was ausschalten können. Okay, die lädt auch immer wieder sich auf die Waffe. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben da keinen Munitionsmangel. Überraschung. Okay, das wurde mich, dass es da funktioniert mit der Waffe, aber gut. Ha, jetzt würde euer Plan scheitern. Hallo. Ach, da kommst du runtergehüpft? Oder versuchst du es zumindest? Das ist nett, danke. So, Shotgun. Man dankt. Da ist zu. Da ist auch zu. Doppel-Kill. So, das geht auch schon mal ganz gut. Warm. Dort zum Beispiel. Jip, da runter. Das sieht doch mal gut aus. So. Okay. Oh. Voll schön hier. Aber wir sind, glaube ich, geschrumpft, ja. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich bin jetzt nämlich erst mal hier in dem Lüftungssystem. Da kannst du nichts daran ändern. Hi. Auf Wiedersehen. So, dann mal ab nach unten. Oh. Ein paar Action-Figuren. Echt Action-Figuren. Cool. Dann müssen wir mal gucken, können wir da hochklettern? Nein. Wir können ihn halt wegschieben. Na gut, dann klettern wir halt da hoch. Obwohl, ich glaube, wir müssen erst mal den Dings drehen. Jawohl. So, das dürfte passen. Ja. Schön. Hm, was hat das jetzt gebracht? Das hat halt den Dings weggehauen. Okay. Okay. Vielleicht können wir da noch irgendwie, ich glaube, wir müssen da irgendwie rüber. Nur wie? Ach, warte. Wir können noch einfach, zack. Ne, wir werden immer wieder hierhin oder geschoben. Schoben. Hm. Was bringt das? Die Welt... Ach, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich das erstmal aufmachen oder zumachen und dann das benutzen oder so. Hm. Das ist halt nur die Frage, wie kommen wir denn da hin? Über die Drucker, schätze ich. Da... Wir müssen halt da hoch irgendwie. Hm. Verzeihung. Ach man, der Husten ist echt immer noch nicht ganz weg. So, haben wir denn hier irgendwas Interessantes? Können wir dich vielleicht da irgendwie runterschubsen oder so? Geht das? Wahrscheinlich können wir dann hier die Tür aufmachen. Ähm. Ja, das war zu erwarten. Hm. Tja, tatsächlich ratlos. Äh, ich sehe aber gerade, es ist auch an der Zeit, die Folge zu beenden. Ganz vergessen. Dann würde ich sagen, wir versuchen es in der nächsten Folge nochmal. Da ist sogar noch was. Ja gut, eine Bierflasche. Ach, warte mal, vielleicht können wir da drauf schießen. Das schmeißt dann vielleicht den Drucker um. Das könnte vielleicht was sein. Danke fürs Zuschauen. Wohl, probieren wir es gerade mal aus. Okay, was auch immer das es gebracht hat. Wir schauen uns in der nächsten Folge an. Danke fürs Zuschauen. Hoffe ihr den Spaß und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.